Als Fahrer ist das Thema Reifen natürlich sehr wichtig, mal abgesehen von der Performance, vom Grip-Level, ist es natürlich das, was uns mit der Straße verbindet, am Ende auch ein Sicherheitsthema. Hancock macht da wirklich einen tollen Job. Was das Thema Reifenschäden angeht, haben wir bisher noch nie Probleme zum Glück. Man soll ja nie den Tag vor dem Abend loben, aber das ist natürlich für den Fahrer sehr wichtig, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du das Auto ans Limit fahren kannst, ohne darüber nachzudenken, geht mein Reifen kaputt. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Performance, was ganz wichtig ist. Und da ist der Ingenieur die Schnittstelle zwischen dem Team, dem Fahrer und Hancock. Und ja, da ist natürlich eine enge Zusammenarbeit. Sowas dauert auch, das kommt nicht von heute auf morgen. Und da vertrauen wir natürlich auch ein Stück weit auf die Expertise von Hancock, von dem Ingenieur und haben natürlich unsere eigenen Ideen. Und dann versucht man sich in der Mitte zu treffen und das funktioniert ganz gut. Aber jedes Auto ist anders, jedes Setup ist anders für den Reifen. Und das sind alles Themen, die man beachten muss.